Letztes Jahr gab es in der ganzen Schweiz eine außerordentlich hohe Zahl an Kirchenaustritten. Wir wollten wissen, wie Kirchgemeinden mit dieser Situation umgehen. Thomas Münch ist Gemeindeleiter der Stadt Zürcher Kirchgemeinde Drei Königen. Auch in seiner Pfarrei gab es viele Austritte. Im Kanton Zürich sind im Jahr 2010 etwas mehr als 6000 Personen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Herr Münch, wie erklären Sie sich diese Zahl? Ich gehe davon aus, dass verschiedene Menschen, die schon seit längerer Zeit am Rande der Kirche stehen, dass sie sich jetzt entschieden haben, diesen Schnitt endgültig zu machen. Aufgrund der Bistumssituation und aufgrund der Haltung und verschiedenen Verlautbaren unseres Papstes. Was meinen Sie genau mit Verlautbarungen des Papstes? Im Normalfall schreiben Austretende keine Begründung für ihre Austritte. In den letzten beiden Jahren haben aber etwa ein Drittel derer, die austreten möchten, explizit in ihrem Brief Bezug genommen auf Haltungen des Papstes oder die kirchenpolitische Situation unseres Bistums. Und was stand so in diesen Briefen? Also im letzten Jahr stand sehr im Zentrum die Frage um die pädophilen Priester. Dann die Situation um die Wiederaufnahme der Piusbrüder, Bischöfe. Und in diesem Jahr steht mehr die kirchenpolitische Situation im Bistum Chur im Zentrum. Beziehungsweise, was auch noch für etwas Unruhe gesorgt hat, war Ende letzten Jahres die Verlautbarung zur Kondombenutzung oder Nichtbenutzung, wer sie benutzen darf. Inwiefern ist Ihre Gemeinde von Kirchenaustritten betroffen? Bei uns ist von elf Austritten im Jahre 2008 auf 50 Austritte im Jahre 2010 eine richtige Austrittswelle auf uns zugekommen. Wir hatten solche Phänomene schon des Öfteren im Jahr 1990, 91, damals die Situation mit Wolfgang Haas und im Jahr 2003, damals die Verlautbarung des Papstes rund um die Homosexualität. Aber nie in diesem Ausmaß. Gleichzeitig gab es im letzten Jahr ca. 5000 Neuzuzüger, hauptsächlich aus Deutschland, die die Statistik jetzt besser aussehen lassen. Inwiefern prägen Sie Ihre Pfarrei? Also, wir haben im letzten Jahr einen Neuzuzügerüberschuss von etwa 181 Personen. Sie prägen unsere Pfarrei noch nicht in dem Maß. Sie sind ja erst seit kurzem da. Aber es ist schon so, dass Leute, die aus Deutschland kommen, sehr häufig auch dort in Beziehung mit ihrer Gemeinde standen oder eben nicht und je nachdem auch bereit sind, bei uns etwas zu übernehmen. Machen die Neuzuzüger in der Pfarrei mit oder sind sie einfach passive Mitglieder? Das hängt etwas davon ab, wie Ihre familiäre Situation ist. Sehr häufig sind bei uns Akademikerinnen und Akademiker angekommen, wo einer der beiden berufstätig ist. Der zweite Partner hat dann etwas frei, Zeit in Anführungszeichen, um sich für gemeinnützige Arbeit zu engagieren. In der Regel beginnt das dann, wenn Sie selber Ihre Kinder bei uns zum Unterricht schicken und dann über die Elternabende und die verschiedenen Anlässe bei uns integriert werden in das Pfarreileben. Kommt es vor, dass Personen, die sich in der katholischen Kirche nicht mehr wohlfühlen, ihren Unmut bei Ihnen loswerden, bevor sie sich endgültig entschliessen auszutreten? Eher nicht. Denn meistens ist es so, dass solche Personen, die mit der offiziellen Haltung ihre Schwierigkeiten haben, auch vorher schon kaum Kontakt zum Pfarreileben haben. Wir versuchen aber trotzdem deutlich zu machen, dass wir hier Kirche vor Ort in einer besonderen Art leben und dass bei uns auch kritische Meinungen einen Platz haben. Die Kirchgemeinde vertritt nicht in allen Punkten die Positionen des Vatikans. Kann man das so sagen? Ja, für uns ist wichtig, dass man Kirche als Volk Gottes versteht. Und das Volk Gottes soll und kann an der konkreten Gestaltung vor Ort mitreden, soll sich einmischen. Und gerade bei uns auch hat der Pfarreirat eine starke Funktion in der Festlegung der pastoralen Leitlinien. Und das spürt man dann eben auch, dass es zum Teil zu anderen Gewichtungen kommt. Sind Neuzuzüger überrascht, wenn Sie merken, dass in der Pfarrei eigenständige Positionen etwas ist, das normal ist, das gelebt wird? Das ist so, aber nicht nur bei Neuzuzügeln. Das kann auch bei Menschen sein, die schon länger hier wohnen und kaum mit uns in Kontakt waren, dann zum Beispiel über den Unterricht mit uns in Kontakt treten und dann feststellen, meine kritischen Punkte, die ich der offiziellen Haltung gegenüber habe, ja hier stelle ich fest, dass das im Gemeindeleben schon eine Rolle spielt. Und das ist dann jeweils positiv, diese Leute auch bei uns aktiv mitmachen zu lassen. Was wir versuchen ist, noch deutlicher zu machen, wie unsere pastorale Situation hier bei uns in der Enge ist, um so auch Menschen anziehen zu können und eben auch aufzuzeigen, deshalb musst du nicht aus der Kirche austreten. Du bist Teil, du bist Kirche, du kannst Kirche auch prägen. Was müsste sich in der katholischen Kirche ändern, damit sich vermehrt junge Personen mit den Werten dieser Kirche identifizieren können? Die Attraktivität der Kirche steht in einem direkten Zusammenhang mit ihrer Glaubwürdigkeit. Gerade eine Kirche, die Werte ins Zentrum stellt, muss sich auch an diesen Werten messen lassen. Gerade Jugendliche sind da sehr kritisch. Und diese sich ständig herumdrüllen und ständig sich selber beschäftigen mit der Kirche selber, das ist für sie überhaupt keine Frage. Dort, wo die Kirche aber ihre Werte lebt, zum Beispiel in der Unterstützung von Menschen in Not, wird, da wird sie auch wiederum attraktiv. Die Frage nach der richtigen Liturgie oder die Frage nach, wer in der Kirche eine Leitungsfunktion innehaben kann, ist für junge Menschen völlig uninteressant. Und solche Fragen sind sicher auch nicht identitätsstiftend. Die Antioxidwirtschaft Vielen Dank.